Das ist so, das ist so, Patti, jeder wird früher oder später ersetzt. Ich weiß. Habe ich ja schon erlebt. Ah, jetzt geht das wieder los. Ich kotze gleich in der Ecke, ehrlich. Die alte Leier wieder, ich kann es nicht mehr hören. Ah, das wollte ich jetzt machen, das ging gleich wieder raus. Achso, jetzt hört man die Musik aus, ne? Kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, ich leg mir eine Decke drauf. Ist dein Stuhl schon gekommen, Cesko? Nee. Schade. Jetzt hättest du mir sagen können, wie er ist, dann hätt ich mir die günstige gekauft. Bla, bla, bla. Ich kaufe dir am besten keinen mit Leder-Dings. Scheiße. Weil? Ja, scheißegal, das ist ja das Gute da dran, ne? Schön mit dem Arsch, schön der Schweiß zwischen den Popo-Backen runterrutscht. Oh, lecker. Und am besten schön mit Swing-Tanga dann da drauf sitzen, damit du hin und herrutscht. Okay, Chat, das gehört ja eigentlich nicht her, aber ist okay. Voll krass, was sagen wir uns verkneipe ich mir jetzt. Das gehört wirklich nicht her. Vorbereitungen beendet. Zeit für den Einsatz im Kriegsgebiet. Hallo, Herr Klärbär. Morgen, Herr Klärbär. Erklär mal mehr. Wie geht es dir? Hallöchen. Ah, ich soll das nicht reden. Oh, wir danken für den Like. Erklärbär, du darfst auch gern liken. Freu ich mich dir auch. Ganz toll. Danke, Herr Klärbär. Überlebe und deine gefallenen Kameraden. Ober. Und das mit? Ich bin aber nicht von einfach an der Ball. Nein! Er hat alle Ziele. Los! Er quitt dir, Mann. Der Feind sprägt für den Gebiet ab. Zwei gute Waffen. Leip. Ich glaub nur du's hoch, bitte. Geil. Ich hab nur SGB und die Belgern. Na, schön. Ich hab nur Ampli-40. Hab hier eine Maschinenpistone. Die will ich, die will ich, die will ich. Darf ich die haben? Oh, die leeren in der STG. Hier oben ein Cheater liegt mit dem Rucksack. Prison, geradeaus durch. Yo. Wo seid ihr denn? Ah, ist ja hier direkt an dem Shop. Ich hab's hier zu kurz noch. Ja, schön. Ach, Mann. Marcel, du kennst doch unsere Wege. Ja, ehrlich mal. Ja, du läufst sonst immer von unten dusche, direkt hoch zum Prison. Erklär mir, danke für deine 500. Jetzt maul mich nicht so an. Ich maul gar nicht, rohe. Karo, ja, sei mir. Komm mal dann da hin. Warum sagst du denn, ich dachte da drin. Nö. Du kennst doch die Wege. Okay. Scheiße, was macht ihr da? Jetzt sind meine guten Waffen weg. Vielen Dank, Marcel. Ich hab mich im Visier. Krieg ist mein Energy. Einer deiner Verbündeten ist zurück im Spiel. Ich brauch hier mal Hilfe. Ich bin da. Wo bist du? Ich bin in den 10. Unterste Etage Richtung Cheater. Kommt gerade rechte Seite. Wo ist hier einer? Hey, der war doch gerade hier. Was ist das? Ich komm hoch. Unser Mädel ist. Hier, Phönix 3. Schlag unterwegs. Wir haben mich im Visier. Schieß nicht auf mich, verbündet er. Raus. Keine feindlichen Treffer. Du verlierst Akkoden. Bewegung. Auftrag geschaut. Die Drohne geht raus. Ja, wir sind auf dem Dach. Ja, ich komm mit. Chill-Brack einer. Nee, 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 nee. Die kommt von unten. Mitte. Ja, ist schon rechts rein in den Raum. Oh, nee, das ist Cesco. Da kommt noch einer. Auf der Treppe. Zwei. Zwei. Einer raus. Da ist einer. Der rennt Richtung Zellen weiter. Muss nachladen. Kommt, noch einer hinterher. Geht Cheater rein. Nee, ist unser Mate. Weiß ich den Namen stellen, weiß ich nicht zu. Oben auf dem Dach zwei Leute. Mehrere Teams. Zirgfahrt. Oder seid ihr das da oben? Nee, wir sind gerade Glaskassen. Wir zelten. Zehn. Wir zelten. Wir zelten gerade. Das ist ganz schwach. Auf den Himmel achten. Habe ich eben schon dreimal gesagt. Wo kann ich das sehen? Mittelt der Ausrüstungslieferung unterwegs. Ja, keine Muni, das ist auch sehr schön. Ich rücke vor. Da hat einer raus. Ja. Feige Fettrone ist aktiv. Noch einer raus. Das Gas breitet sich aus. Neue Sicherheitszone wird markiert. Das Gas breitet sich aus. Von wo schießt er? Unten sind doch auch welche. Von hoch. Weil der aus dem Turm versucht auf mich zu schießen. Plaster auf mich. Ich muss hier was einstecken. Von oben. Von da. Überleben ist mein Job. Ich gehe durch die Zehen. Feindlicher Soldat in der Nähe. Komm, zeig dich im Turm. War doppelt hier hinten noch einer? Konnte ich jetzt nicht sehen. Ich komme durch die Zellen mit durch nach vorne. Das Gas breitet sich aus. Immobiler Shop wäre ich auch mal ganz toll. Jo. Bisschen. Ich höre hier irgendwo Steps bei mir. Warte, was du dir bis nach oben gegangen. Okay. Mann, der chillt ruhig. Mann, ey, ich fass an der Spitze. Hallo Andreas. Hallo Andreas. Danke für dein Like, Andreas. Der im Turm muss man auch passen. Ich weiß nicht, ob der noch da drin ist. Der ist da noch drin. Ja, ich seh ne. Das Gas drückt. Hatte deine Sachen liegen ja noch? Das Gas drückt. Das Gas drückt. Das Gas drückt immer noch. Ich springe rüber ins Tor, was? Das Gas weitet sich aus. Sicherheitszone verlegt. Bleib wachsam. Ein freundliches Team verfolgt deine Position. Schutzverkauf aktiv. Reise der Vorratsstation wurde angepasst. Ne, ich hab meinen Rucksack. Ich muss nur mal euch nachlegen. Von wo hat der mich denn irgendwas angeschlossen? Selbst Control hat nur einen Shop. Was ist denn das für eine Scheiße? Bewegliches Ziel gesichtet. Ist drüber im weißen Haus jemand. Weiß das einer? Kann ich dir nicht sagen. Ich hab nichts, um das irgendwie rauszufinden. Beide Schiff bei unten. Ich seh den Feind. Na, der ist drüber gelaufen. Der Feind springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel ab. Wie viel landen war denn? Nein, nein, nein. Zone drückt. Ja, ich bist hier unten, ne? Ah, da, und. Beid Kontakt bestätigt. Wir müssen in die sichere Zone. Einer K.O. da im Haus. Das Missionsziel lautet, das Kopfgeld-Ziel auszuschalten. Ich muss hier was einstecken. Ja, natürlich. Da ist K.O. oben drinne. Was? Nein. Wenn ich draufgehe, ich hab hier bei mir noch Muni. Ja, ja, bei dem, die Schützen da, bei dem Rundell mit, oh, der schießt unten vom Turm mit Pfeilen und Bogen. Ach, Mann. Ah, ich kauf dich wieder. Alles gut. Ich zieh da nochmal an Lodi. Ah, genau. Wir müssen aber schnell zum Lodi, ne? Der kommt jetzt hier. Ach, scheiße. Zone drückt. Schnell, schnell, schnell. Mann, ey. Was war das? Hier, läuft noch einer. Team ausgelöscht. Hier sind zwei Mann drinne, Cesco mindestens noch. Der ist hier noch hinter. Oben, oben. Oben, oben. Die sind oben. Gas kommt, ne? Die sind oben auf dem Dach. Ach, Mann, hör doch auf zu campen in deinem Scheiß-Turm, ey. Ernsthaft. Oh, nein. Da drin? Shit, weg. Sie scheint feindlich zu sein. Unter euch auch noch einer. Ja. Ja. Das ist hier. Ja. Das ist hier. Das ist hier. Oha, oha. Alle mal Ehrenmann in den Chat. Ja, das müsste mal alle feiern. Ach Profi, das kannst du nicht sagen, Mensch. Warum geht das nicht, wenn ich mit Team spielen? Geht nicht. Okay, ist raus. Ja, mal wieder alle im Rucksack gehabt, aber ist okay. Was? Ey, ich hätte auch 5 oder 6. Ist schön mit dir nicht. Ja, ist schon okay. Habt ihr aber Pulver schon verschossen, Chesko, oder? Ne, ich hab heute morgen mit Dings gespielt. Moin Franklin Tank! Ich hab heute morgen mit Hays Gaming gespielt, Alter. Das war krank. Da hatte mich so eine Random-Spielerin im Rucksack mal freut. Ach Quatsch. Die hat uns richtig alt aussehen lassen, ne? Auch vom Klappchen. Wie die abgegangen ist, hat was mit der los? Hast du gleich eine FA geschickt? Ne, ne. Wie hieß die? Tammy hieß die. Die ging richtig ab, ey. Tammy, ne? Aber jetzt, wo du es sagst, konnte ich ja eigentlich mal machen. Ja. Letzter Trupp. Das zieht sich zu bei uns. Also wenn du glaubst, dass ich schon gut bin, ne? Ne, dann hast du die noch nicht gesehen. Die ging richtig steil, ey. Die ist da durchmarschiert, ey. Sie hat auch schon ihre eigene Fachsprache gehabt. Sie sagt so, ey, die machen Augen. Die machen Augen. Ich sage, was? Ja, die machen Augen. Die gucken. Siehst du das nicht? Ich bin eigentlich nur hinterhergelaufen und habe alle wiederbelebt. die ganze Zeit. Ja, frag, der ist wirklich heftig. Aber hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Ich spiel gerne mit dem. Diese STG, die da rumliegt, ne? Diese Einstellung, die wir haben. Kann ich dir geben. Von der glaube ich nicht. Was? Die STG, die da liegt? Die lila ne, ja. Megageil. Du musst nur 60 Schuss Trommel runterpacken. Und den Handstopper. Ich weiß gar nicht, was ich sagen will. Wird völlig sprachlos. Hat er Klärbe es geschafft, sagst du? Ja. Ja. Das macht mich jetzt platt. Da neben. Genug geübt. Jetzt beginnt der richtige Kampf. Das Sügel, ne? Die gehen echt gut ab, die beiden. Ja. 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 Dann kannst du dir jetzt ein neues Gaming Headset kaufen, wa? Ja. Deine gefallenen Kameraden steigen wieder ein. Je mehr Punkte du verschiedenst. Geiler Shit. Nein. Ziele aktiv. Schalte sie aus. Ja. Das hab ich schon verstanden Frank. Gehst du mal hier weg? Ja. 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 Wir können Lodi kaufen. Ja. Ich geh grad auf den Hof. Ich geh auch Richtung Shop. Geh durch die Zelte. Nächstes Ziel aktualisiert. Alle Vorratskaufer. Geh durch die Ruhkerei. Ja. Ja. Die kommt. Oh, komm! Kling mir nicht. Gehst du mit? Du bist wie eine Drohne. Soll ich eine Drohne holen? Kannst du machen? Ne. Ich hab eine Drohne. Hab schon gezogen? Drohne beginnt Überflug. Ich hab einen Hamstern Auftrag gefunden. Dach scheint zu weit vorne links ist einer auf dem Dach. Er hat sich beim Seil hochgezogen Die Zeit wird knapp, rücken zum Zielgebiet vor Hey, was ist los hier? Dronen-Festoff aufgebrochen, Rückkehr zum Ausdruck Uh, meine SDG, meine Dings, meine, meine, meine Whale-Gang geht ganz schön ab Mein Charakter ist von voraus Ja, bestimmt Wann wir, wer Cosmodus ist da? Nein Wo bist du? Ho! Wo ist der? Der Kompare ist aktiv Ich bin da Ich bin schon weg Woah, was? womit schießt er mit der gefundenen stg lila ist klar lodi ist weg ok komm wieder das ist ja dank für deinen like die lapas ist gut sie stehen da hinten immer noch zu zweit alle drei schildbreak einmal gehabt die kommen uns jetzt pushen von rechts unter uns einer deiner verbündeten ist zurück im spiel im cheater ist einer drin einer raus das kopfgel ziel auszuschalten hier ist noch einer bei mir war ich schon wieder instant drei platten weg und da bist du mich veräppeln linke seite zweite etage richtung bibliothek das kann doch nicht wahr sein ich würde erst meine sachen aber noch wiederholen habt ihn geholt wer hat meine panzerungstasche geklaut der hat doch nichts mehr alter er ist k.o. er ist k.o. party ist raus rechts bibliothek da sind noch steps scheiße schiebrik nur ich habe mich im visier da kommt wieder einer bibliothek ja da sind zwei mann neben mann drinnen ich werde hier beschossen fack ab den schützenden visier was willst du denn da schnapper ok ich muss hier halt nicht ein leveln ich hätte ein level 8 sein nein hier ist schmalen gang bibliothek wo die straßenficker ist ist noch einer ach mann wie kann man mit der scheiß waffe spielen rotzwaffe wieder wieder voll team an der seite das ist alles voll ich gehe jetzt aufs dach und hole mein lodi da gehe ich nicht mehr hin das sind die besten 25 fast an der spitze auf engem raum habe ich keine chance das dürfen wir nicht sagen die sind hier unten immer noch drinnen ich sehe ich sehe ich sehe befreie aufmerkung einer k.o. zweiter noch einer die Zeit wird knapp zweiter noch k.o. da ist noch einer jetzt go alles gut kommt man will das verkriege ich habe hier da kann ich nämlich gleich in die zellen reinkommen da und wenn man eine vernünftige mp besorgen nein mann der ist da wieder in der bibliothek oben hat nicht ein schild weg warst du unten am loadie dran Marcel ja auto laufen sie also kann ich nicht platten wir mal schön platten kopfgeld läuft hier zellen und ein kleber dank für 1.000 ja da war ich zu schnell und zu gierig der ist vorne rechts party nein ich hatte nur eine platte ich habe meine sieben kids voll das reicht warum kauft er mich weil er den ersten genommen vor dem laufend wenn sonst keiner fährt mache ich das halt ein paar super sprüge jetzt da runter sprüge er läuft mir genau vor die nase ich gehe jetzt mal eine rauchen können wir da mal kurz ein so an sich macht sie gut schaden aber die rückstoßkontrolle das fehlt natürlich ja gut ich habe das mikroflex led freigeschaltet das pack ich mal rein jetzt habe ich einen beermündung feuerdämpfer ich habe ich habe Oh, mein Gott. ich habe die eigentlich von cesco übernommen warte ich habe mx schalldämpfer dann den vdd 760 05b lauf ja dann das g16 wie sie vdd 34 s beschwert dann extra akrobatik und vollgeladen griff habe ich den polymärgriff genommen weil rückstoßkontrolle bei dauerfeuer ist mir ein bisschen wichtig du darfst mir gern folgen dass du nicht machst magazin habe ich das gorenko 50 schuss 7,62 gorenko 50 schuss magazin und verlängert ja genau beim magazin dass das und für munition verlängert und den schnitzer vordergriff habe ich ja bei mir genauso ja und ich finde so wie sie jetzt ist ist sie schon echt also das hat geschehen gut rüber geben die ist echt geil ich habe ja sonst immer das trommel magazin drin gehabt aber ich finde das ist das macht einen großen unterschied du hast 50 schuss magazin oder das trommel magazin drinnen hast ja fadenkreuz ich glaube schon hallo jens das habe ich nach heimagenten schmal sich groß auch ich wollte das noch einmal bei dieser UGR echt ja dann hast du das gemacht noch mal ein bisschen mit der mitte dann mit der mitte mit der ich komme jetzt nicht drauf lapar nicht zufrieden doch aber ich mache mir gerade eine ganz neue klasse macht ihr nur ein party ich habe das auch macht ihr nur ein sturmgewehr und nimmt dann auffüllen rein und packt dann diese schnappschussgranaten und temit rein oder panzer minen abwehrminen oder wie auch immer als pild eine pistol 2 weil du findest überall vernünftig deswegen gucke ich immer dass ich eine mp habe die vernünftig ist ob es eine welcome oder mp40 ist nehme ich dann quasi immer nur dort mit rein wenn ich sie aufhebe irgendwo und habe dann sturmgewehr auf jeden fall drin was voll geladen ist und du hast immer diese schnappschussgranaten immer drin und brauchst du kein herzschlag sensor weil die wenigsten machen kampfgestellte rein so dass du die eigentlich immer siehst die gegner deswegen schmeiße ich ja von immer so viel raus habe zwar dann nur in der mp die psycho eine pistol wie die psycho als zweitwaffe aber ich habe ja dann dass ich eine mp irgendwo aufhebung da ich habe immer voll geladen und entweder nimmst du da schnappschussgranate rauchgranate oder blendgranate füllt sich ja immer wieder auf probiert mal weil wurfmesser ist nicht meins muss ich ganz ehrlich sagen das ist nicht meins aber nicht zu blöd deswegen habe ich mir jetzt die klassisch spiel jetzt mit momentan seit zwei wochen nur noch aufgefüllt ja aber wenn du die schnappschussgranate hast es fühlt sich ja immer wieder auf kannst du ja immer werfen das vergesse ich dann und dann suche ich mein herzschlag sensor ja das macht ja nichts das fühlt sich ja wieder auf aber herzschlag sensor siehst du nur es ist einer du kannst aber nicht ordnen wenn du oben auf dem dach bist in welcher etage ist er mit der schnappschussgranate siehst du es besser also finde ich persönlich zumindest mal du kannst auch gerne herzschlag sensor weiterhin mitnehmen ich will ich da nicht von überzeugen aber ich finde halt die schnappschussgranate du siehst in welchem stock und in welcher ecke sie sind und wie siehst du siehst wenn sie sich sofort bewegen man wenn du denn da mine reinpackt immer auf dem dach sind kannst du vor die einzelnen termin hinpacken und fertig und wenn die ausgelöst werden siehst du kannst natürlich immer nur zwei bringt jetzt wenn du das auch ich kann jetzt vier rausschmeißen sind zwei natürlich nur weg weil du hast immer nur zwei was kann ich für dich tun ja mehr wie danke kannst du nicht sagen gutes gameplay bieten mehr kannst du nicht machen meinst du das auf einmal ja na sicher nein 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 so so insgesamt hier fehlt ja nicht mehr wenn du so weit ist party gerne ja heute morgen da gab es ja auch schon 500 sterne ich habe eigentlich schon die einladung ausgeschickt aber momentan stimmt da ist ich bin hier sowieso alles rum bei facebook ich habe mal so lange ihr könnt in kürze geht es aufs schlachtfeld kilo war richtig gut gerade au aufgeklatscht ja mach ich sofort nach der runde um marcelius gesehen ich habe mir neuen operator gegönnt louis louis damit ich den auch voll leveln kann der hat auch nur 1,4 gekostet schnäppchen sagst du oh mein sterne ziel wurde ja schon erreicht 14.210 sag ich doch ja voll du brauchst ein neues ziel ja du brauchst einen neuen stuhl packen wir die messlatte jetzt höher sagst du ja du brauchst einen neuen stuhl ja zum beispiel damit das mit deinem knie nicht mehr so schlimm ist genau ok und es gab controller danke zuerst möchte ich ein was ist hier eigentlich los muss ich auch mal vorsetzen das schmutzvieh das schmutzvieh das schmutzvieh das schmutzvieh das schmutzgrund wenn Du Dich geliked hast lass Dir Dein like da ohmkombom gerüst grüßt haben markiert da war er ja ja wie hat´s mich dann jetzt noch getroffen habe ich raus hatte was er erwartet oder hat noch gereicht nein von wo gerüst geht zum seil zu hier beim stapler war was für muni brauchst du ja hier an der kante gerade zu sehen gewesen nein habe ich gekriegt ja ich gucke mal auf dem turm ob die sniper da noch liegt nein ach ja beim stapler und ein cheater breit ja der ist einmal noch ist raus kommt noch einer beim stapler ich kann ihn nicht holen geht nicht der hier mal heiler muss ich mich pläten fuck achso lodi keine chance ich komme nicht weg er ist aufs dach glaube ich gegangen voll lodi ich gebe die deckung das andere das weist sich aus sicherheitszone verlegt verbündete ausrüstung gerüst bewegliches ziel gesichtet aufgemacht sollte gelten lieferung im anflug das ist einer wand abgefallen hier oben hat man freundlicher clusterschlag passt auf eure köpfe auf weg mit dir weg mit dir vielen dank uwe vielen dank ich weiß nicht wo er hin das rechts oder links kann ich nicht sehen ja ich bin schon ein und am dach jungs oh mädels ja wie der sind hier unten beim cheater party kommt nicht raus ach jetzt kommen wir probieren feindliche drohne ist aktiv da kommst du mir aufs dach kräfte überhine und da ja 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 einer noch zit 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 nein du musst mich verhäppeln hat mich verhäppeln ah shit haut ab der ist doch weit abgehauen ne aber ich hab nichts gehabt kann ich doch wieder landen bei meinem zeug ja ja vorne der ist abgehauen nächstes ziel aktualisiert vor einer doppeltür läuft einer feindliche drohne ist aktiv hier ist so ein rucksack nehmt euch hier ist mein messer kann kein sinn ok unter uns auf jeden fall ja weiß ich nicht soll ich jetzt mit ach ich warte mit dem lodi nehmen nein wasserturm warte was her ich bin auf dem weg gerüst hier 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 da ist noch einer da ist noch einer noch einer ja ja hey der ist keiner mehr den hab ich geholt da war noch einer doch der hat unsern mate glaub ich geholt hat sich jemand wiederholen kann ne steh ich manchmal nicht nein hinter uns ah oh stg ja ja ein bisschen drauf guck guck der einsatz beginnt bald und Andreas bist du noch da mein freund schau mal bitte im discord und vorbereitungen beendet zeit für den einsatz im kriegsgebiet wieder auferstehung wähle einen einsteckspunkt für dein team ach so sollte man für team mit markieren oder überlebe und seine gefallenen kameraden zeigen wieder ein tunnel geht was rein wenn du verdienst desto schneller kommen sie zurück töte alle ziele los feinde landen im einsatzgebiet vorratskiste lokalisiert position sicher ja torne ist rechts achto achto nein wo kommt er denn her er war im glaskasten das ja das war es hallo ja hallo ja Vielen Dank. Vielen Dank für den Like. Vielen Dank. Vielen Dank. Feindlicher Soldat in der Nähe. Geht ihr nicht mehr? No. Okay. 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 kommt was mit ja super bei mir hängt er duschen sind nicht mehr safe voll team da sind die sprachmachricht telefoniert direkt ich ja kommt auf dem dach 2 alter wo kommst du denn schon wieder her was sind denn das für mädchen überall kämpfen sie in den ecken ich schon wieder was sollen die auf dem dach habe ich beide geht nicht hier links eine balustrade läuft einer er ist beim shop mitgegangen beim tor einer k.o. noch einer wo ist mein mate auf dem dach wo ist der andere lila das sind die besten 25 fast an der spitze tja was mache ich jetzt der ist da genau genau der muss sein kommt einer unter dem von wo denn noch alter ja ich komme ich komme ich komme ich habe noch ein bisschen geld und ich habe das unter dem turm die kommen drei stück ich habe noch eine money box vorne gar nicht noch eine panzerungstasche von wo vorne doppelt hier nein kommt hoch one shot und drei platten weg und k.o. wirst du mich veräppeln das kannst du mir noch nicht erzählen ich nicht dann nicht tschau tschüss bis neulich ohne witz facebook spielt richtig rum weil ja ich hatte vorhin mit meinem der mich hier zum dings eingeladen hat zum facebook partner mit dem hatte ich eine leute diskussion da ist doch jetzt hier mit werbung und sowas auch ein namen habe ja ja das habe ich jetzt vorhin aktiviert und jetzt dauert es aber noch 24 stunden bis das genehmigt ist das ist schon genehmigt aber die wollen halt gucken ob meine spielinhalte irgendwie urheberrechtsverletzung sind und dann hatte ich ihm geschrieben dass ich ja am also bei meinem zwölf stunden stream fünf gifte zaps gekriegt habe und zwei wurden aktiviert und dreierlich ob ich das geld dann trotzdem bekomme oder halt nicht würde mich halt mal so interessieren fragt für einen freund und da sind wir keine antwort drauf ist ja doch habe ich gekriegt hat gesagt erklärt das mit facebook weil so kann es ja nicht gehen die leute geben dafür geld aus und man freut sich halt über das geld was die leute an spenden und man hat dann nichts davon aber das haben wir natürlich mehrere leute haben oder probleme da gibt es noch keine gifte zaps mehr so eine scheiße also er hat ja so ich ganz kurz damit er hat diesen monat neun tausend ja ja dann fehlt ja nicht mehr viel auch mal zu würden das erste geil beziehen kannst du gehalt nicht aber wer weiß was kommt schon heftig erst mal braucht party ein neues headset da braucht partie auch noch ein scuff controller du brauchst auch noch ein ja also ich meine das sieht schon lustig aus top sterne ich habe schon verstanden den kleinen wink mit dem so war das doch nicht gemeint man ich habe viel spaß und lass es dir schmecken mein freund ja du sagst es andreas er kriegt den hals echt nicht voll egal wie viel du raushaust es ist nie genug immer nur am schimpfen mit mir immer nehme ich mal einen schutz andreas finde ich gut von dir danke dir ach ja 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 andreas wir lesen uns auf jeden fall morgen früh wieder lass dir dein essen schmecken jens das ist alles das ist alles freiwillig alles gut jens nimm das ich mache da meinen spaß aus ich mache das gerne ich mache das weil ich ihn unterstützen möchte alles gut jens wichtig ist immer nur wenn so wie du kommst rein likes das bis vielleicht noch follower dann dir gefällt das du schaltest öfter ein das ist wesentlich mehrwert wie alles andere und ab und zu den chesko bisher mobben das mag er das braucht er das ist schon okay aber das darf sie nicht sagen dass ich das gesagt habe dann kriege ich wieder ärger komm ein sieg wie sie heute noch holen weil ich habe ansonsten mal 30 voll ich bin ich habe mich gerade nicht reingedigt nie ich bin nicht ok dann spielen wir jetzt eine runde und dann landet ich ja guck mal jens das ist doch schon mal ein feiner zu kommst du da rein dann können wir den test ein bisschen er gern das finde ich gut sauer party hatte chesko jetzt ich meine hatte jetzt wieder ein bisschen zeit hat er schon mal die regimente fertig gemacht soll ich das mal machen gut dann mache ich mich da mal bei gelegenheit auf jeden fall schnellstmöglichkeit dass wir das mal ein bisschen sortiert kriegen für die community und für die reporter dann dann müssen wir mal gucken dass du auch supporter bis party so geht das nicht ich habe kein geld ich bin pleite für diesen monat ich muss schon singen damit ich mir was zu essen kaufen kann morgen aber die zahlen immer dafür dass ich dann nicht singen ich meine wie soll es egal sein aber so mal jens ist das der der gestern auch schon mitgespielt hat ja super mensch kennen wir uns ja schon hau gegen das wird ja lustig ich komme von der familie kann nix macht nix weiß nix vergisst alles sie haben auf mich geschossen in der luft ohne fadenkreuz war bei mir drauf kein einsatzgebiet ach so jens so war das nicht gemeint das ist kein muss oder so was nur es war ich wollte es nur mal marcel gesagt haben ich habe jeden schon aufgeklärt ich kann ab nächste woche nicht mehr mitspielen ich kann leider nicht mehr fürs mitspielen bezahlen ok nein ich habe ihnen das schon erzählt das ist alles freiwillig das ist alles kein muss hauptsache sie kommen rein liken gefällt was sie hier sehen schauen gern wieder rein folgen folgen ist wichtig folgen das ist mehr wert wie alles andere warum sagt man kann ja dass wir die amageddon nicht die amageddon nicht sagt verärgert sie nicht muss ja ja oh sorry party ja du hast natürlich recht dass die amageddon aber party nein du hast recht party und ich meine ruhe ich habe mobilen shop ja jalla junge jetzt kauf kiste man kauf schnell ich decke ab aber ich habe eine plattenkiste irgendwo liegt noch eine plattenkiste dann hätte ich die hätte ich den kille gekriegt ich hatte ja noch feindliche drohne ist aktiv knock 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 in unheavens hey 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 feindliche drohne ist aktiv ich hab mich getroffen hier penne ja ist ok jetzt mein wo bist du auf dem roth wieso bist du nicht auf dem dach ich bin schon auf dem dach schätze für welche war noch gar nicht so weit du kennst die laufwege ja ich war aber noch gar nicht am lodi ja wenn ich das warum nicht wenn ich das mache dann was dauert dann du kennst die wege bin ich wieder alleine sind meine mails löscht dein leben ja hab ich schon hab ich schon versucht hat nichts gebracht oben ist jetzt einer vorsicht du hässliche sch... schlag kommen achto feind markiert ja du bist zu geil mal ehrlich oh er hat den skin ja hat er der gibt da tatsächlich 20 euro für den scheiß skin dann sagt der der sich Godzilla gekauft hat ne ja ich meine ich wo geht der raus oh mein wo ja vorm dach barney danke für dein like der hinten am seilzug ist ja ja Marcel du idiot lösch dich ja barney wie geht's dir barney hier sind die laufenden mittels aha er wurde um den Klazer geholt aber links darf irgendwo einer der ist da ganz hinten und feil und bogen linke seite bei der gondel was macht er hier lösch dich los ha 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 so muss das sein barney du ach bitte uns nein feind gesichtet und wieder mit dem wager wollt ihr mich veräppeln ja niemals was das nur noch 25 übrig immer weiter so Verstärkung ist unter nichts feindlicher Soldat in der Nähe boah der läuft schon locker sie feuern auf ja guck jetzt wo es da ist ah ohne worte bitte nicht kommentieren der schirm in meiner wache cesto ja ich hab's gesehen ich spiel am p und äh nicht weiter sie hab' falsche lodi genommen du bist nicht von mir kann sein dass einzeln vielleicht eine hinter mir kommt ich habe genauso wie du das verkehrte gegriffen ja ich habe deine deine stg genommen willst du deine stg wieder haben nein 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 ich habe eine kilo alles gut behalten nein ich habe von meinem loadout eine einzeltür rechts unten und links gerüst doppeltür doppeltür auch von der seite auf der spur sei vorsichtig ich habe noch keinen abschluss besteht da ist noch einer links vor allem bei mir war überhaupt nicht mit dem ziel fern er hat dich gesehen er spielt raketenwerfer ehrenmann definitiv lösch dich mein gott lodi nicht safe sagst du weißt du solche leute haben so ein glück wie er gerade ja haben lodi aufs dach geschmissen ich sehe den pfad wir sammeln das ist das endspiel wieder auferstehung einer k.o. einer k.o. einer ist hier noch nach ach man scheiße ich bräuchte mal hilfe hier unten bei mir nein ich komme hier nicht weg ach komm schon ach na haut ab der auftrag gescheitert feuer einstellen pass auf von links kommen sie gleich cesko ach hier ist gar kein job vor die an der treppe müsste noch auf jeden fall eine brenzungsrasche liegen mit glück auf die beine soldat bei links weg der snipe pass auf cesko ach ich war schon wieder gierig sorry die letzten zehn ab an die spitze ne wir haben eine neue null kill legende und sie heißt kommen wir weg hol dich die hol dich die die null kill legende nicht schlimm nicht schlimm oh shit ach putten war ungünstig die runde gerade naja uah was heißt ja 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 uah 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 habe ich auf level 10 da kannst du ganz mal ja aber natürlich ja ja schon wieder ach da war ja mensch die bj kugel da war ja was jetzt sie wollen die kugel hallo ich hab dich schon seit gestern abonniert also zumindest gefolgt okay dann aber wie gesagt wurde mir nicht angezeigt ist komisch aber ich folge dir aber jens ich kann es verstehen dass du ihm nicht folgt siehst du merkst du das jetzt das ist das was ich gesagt habe siehst du das hörst du das das ist mobbing hier aber aber das ist spaß und das ist das gute daran ja wenn manche gruppen wird das alles zu ernst genommen nein überhaupt nicht doch ich nehme auch nicht für voll was cisco mir sagt also von daher ist das ok ob es habe ich das haben wir wollen ja schließlich spaß haben an dem ganzen ich mach mal hier das andere müssen leise wenn du hinter bist und 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ist ja auch noch Zeit, ne? Wie lange läuft es denn eigentlich noch? Äh, 35 Tage. Ja, oh Gott. Was mache ich dann? Das Spiel löschen? Nee, das muss ich mal 1.000 Siege voll haben. Ach so. Naja, 1.000 Siege voll und den Battle Pass fertig. Genau, dann kann ich das Spiel löschen. Ach so, 3 Stunden rauchen. Junge, Junge. So, ich guck mal rein. Ja, sehr gerne. Jetzt haben wir morgen Mittwoch, ne? Ja. Warum? Ach, ich hab grad überlegt, ob ich morgen mal zu meinem Bruder gehe. Der ist ja umgezogen vor kurzem. Und äh, ich wurde vorhin gefragt, wann ich mal vorbeikomme, ne? Der wohnt 2 Minuten vor mir. Keine Zeit schaffst du nicht, zeitlich. Okay. Der Weg ist soweit. Ja. Was hast du überlegt? Du musst gucken wegen der Bus- und Bahnanbindung. Okay, dann nicht. Dann hab ich morgen zu Niklas geheiratet. Könnte eigentlich mal fragen, ob die morgen Zeit haben. Reif uns bedingt. Ja, alles klar. Ich zwitterne Haus auch an. Warum willst du mein Haus anzünden? Das stimmt bei dir nicht. Oh, da ist ein Bonbon durch die Gegend geflogen. Ich bin echt gut in Bruder. Oh, ja. Übt solange ihr könnt. In Kürze geht es aufs Schlachtfeld. Ja. Ach, äh, danke für den Leipzig. Oh, das ist ja schon möglich, ne? Ja. Jetzt ist Schluss, wenn lustig. Bereithalten für Einsatz im Kriegsgebiet. Fabrik, danke für den Leipzig. Fabrik, danke für den Leipzig. So, bist du wie immer? Marcel, das sage ich nicht nochmal. Danke für. Ja, ha, 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 ha. Warum, Mac? Ja. Na, ha, 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 ha. Ja ich hab' da auch mal. Da hast du nichts dazu. Danke für den Leipzig. Ich hab's da auch so. Ach, danke. Irgendals im Gericht werden. Ich hab' da. Das ist ja immer noch nix. Wenn du das weißt. Ja. Ja, ich hab' da vor mir. Das wollte ich damit ja eh, sagen. alles von den füßen weggeklaut ja ja hallo erklär wer will kommt zurück ja jens genau ich war sicher wissen gar nichts abgekriegt ohne die meine waffe ja bei mir ist alles schick und selber war ehrlich mobilen shop gefunden auf dem hof ist kein shop wasser vor dem habe ich was her ich hole dich unten rein ja aber sonst weiter und das auch noch es ist noch nicht vorbei hey manche danke für dein like wie geht's dir manche erklär mir was kollege die kämpfen jetzt im mobilen shop er ist doch in der sorge das läuft doch hier unten ist auch noch einer markiere feindliches ziel das gas breitet sich ja so weit aus dem dach bewegliches ziel gesicht ist runter gesprungen kontakt mit schütze einer kunde hier vorne wer den kohlen jörg wo bist du party gute frage spontan ganz spontan ich habe da keine festen zeiten am wochen so ohne waffen ist echt blöd ich habe da wirklich keine festen zeit ist dann müssen wir mal im discord schreiben ich habe ihn ja ich komme zu dir schuhen party das gas breitet sich aus ist der immer noch die oren reicht schon Seid ihr noch auf dem Dach? Der im Turm geht mir richtig auf den Sack. Ich hab nur ne MP, ich kann den da nicht rausholen. Hat Hitz gegrillt? Ist raus. Schildbrick? Raus. Schildbrick oben? Ja, ja, der ist raus. Flodi liegt gleich hier unten bei der Treppe. Auf Platten. Hier, ich kann dir noch mal eine geben. Warte, ne, zwei kann ich dir geben. Kann ich auch noch eine geben. Erklärbar, danke für deine 1000. Oh, nee. Unten von Nova. Dankeschön. Hat natürlich auch keine Platten drin, ne? Ja, ich hab auch keine mehr. Doch, eine könntest du noch geben. Ich krömmere mich um dich. Keine Sachen. Oh, danke. Hilt down. Spundle. Oh, Schildbrick, der ist runter gesprungen. Okay, dann krieg ich mal wieder rüber. Oh Gott, der ruht mich. Oh Gott. Danke. Na los, zurück in den Kampf. Deckt ihr wieder ab? Ja, ne? Ja. Schatz, das muss ich mal scheiße sein. Ich muss die eine wieder nehmen. Ja, das ist okay. Boah, 204 Tage schon. Krass. Oh, auf Wasserturm. Irgendwo die Ecke. Oder Chemical. Ja, ist unsere. Die war safe. Da waren wir schon dran. Ne, der ist hier auf Dach. Auf Dach. Oh Gott. Doppelt hier vorne auch einer. Ja, einer vorne 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 vorne. Oh Mann, Alter. Sehr schön, ja. Steht da am Geländer. Einer kann hoch. Matze, vielen Dank für deine 204 Tage. Anschluss bestätigt. Der ist raus. Jo. Oh, hat der Platten? Ne, oder? Ich hab Becher. Ich hab einen aufgenommen. Hab den Dammelpunkt markiert. Das kannst du doch nicht tun, Jens. Doch. Du darfst nur markieren, Mann. Na, keine Platten aufheben, nicht schießen. Ja, ehrlich mal. Ich hab schon fünfmal zu viel gekillt. Ich hab schon fünfmal zu viel gekillt. Nur markieren. Nur markieren. Nur markieren, Leute. Was ist denn mit euch? Das ist die einfachste Regel. Frank. Ja, Patrick. Das ist doch geil. Ja, Patrick. Das ist geil. Party? Ja? Gib mal bitte ein bisschen Geld. Oh, ich hab ja genug, ne? Vor allem ein bisschen, ne? 155. Decks, Decks, hör auf. Ich hol ne Plattenbox. Boah. Die Box ist mir auch nicht schlecht. Ja, ich bringe Muni Box mit. Ich seh grad keinen. Kommt ihr sonst runter einmal? Ich hab hier noch ne Muni... Ich hab schon eine. Ja, hier liegt noch eine. Ich hab ne Plattenbox. Plattenbox geht raus. Wo geht der doch hin? Ja, ich... Atme noch nicht hierüber. Ich hol' noch ne Träner. Ich hol' noch ne Träner. Ich hol' noch ne Träner. Ich hol' noch mal Drohnen. Ich hol' noch nen Präpischlack. Mach's das einer? Ne, 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 Träner sind mit. Aufklärung ist auf dem Weg. Yo, da hab' ihr eigentlich nicht mal ne Waffe. Oben auf nem Tränen. Aehmt uns ab Untergesprung Skarof Raus Schatz, lande hier beim Lodi, ich pass auf Jetzt lass doch los ey Falte Kiste Oh, Owe, 125 Tage mit Ist eigentlich viel mehr, ne? Wissen wir ja wohl Wer noch keinen Rucksack hat, ne? Braum mich nicht, bin schüchtern Händen beim Lodi landet einer Raus Ich komme echt nicht zum Zug heute, ne? Irgendwas, krass Er ist klein rüber Ey, raus klein rüber Komm, mit dem Alter hab ich gehört Ja, ja, Owe, es sind mehr Tage, das stimmt Da hinten kommen sie an Sie scheint feindlich zu sein Ja, komm, Alter Und ein Zelte Ich bin auf groß drauf Der ist vor euch hinter der Mauer Kinder Die sind unter uns Ja, und der, und der kleinen auch welche? Ja Wir müssen in die sichere Zone Die sind unter uns Nur noch 10 üblich Ja, Zelte sind auch welche, ne? Einer, einer, einer ist selter Habt ihr nur noch die Mauer Einer wurde wieder geholt Ja 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 Unter euch Wiesig Ist einer drin? Oh Unten, unter der Mauer Hinter uns, was das? Ja, er holt uns alle drei Ja, hier vorne ist einer Ja, f*** er Schade Ja, hier vorne ist einer Ja, dann machen wir das jetzt nochmal Und diesmal einen schönen können wir das sind schön ich denke nicht ich habe mein bestes gegeben ich auch 150 prozent habe ich das war wirklich gut gespürt von dem die zeit um ein bisschen zu der einsatz beginnt bald wir haben ein problem und zwar ich habe keine kurschkohle lösch dich schön multidate oh ja einer jetzt ist schluss mit lustig bereit halten für einsatz im kriegsgebiet wieder auf Achtung, das Gas breitet sich aus. Zur Sicherheitszone gehen. Noch mal prüfen unten rein. Hier ist noch ein Rucksack. Nehmt diese Panzerung. Was soll ich, die Cheetah? Da waren die Cheetah? Ich nicht. Vorratskiste gefunden, sofort sicher. Ich komme auch Cheetah über Gerüst rein. Hallo. Gib mir mal dein Geld. Bitte. Ich hole eine Kiste. Zehn. Der ist da aufgestützt an der Wand. Ja, über uns kann sein, dass er gleich über das Cheetah-Brett kommt. Du behältst eine Ausrüstungslieferung. Nein, die Kiste liegt auf dem Dach. Ich schau. Hedgehammer. Auftrag aktualisiert. Ein neues Zielobjekt wurde ident... Verbündete Drohne hinterlos. Stöbern wir sie auf. Naja, die sind auf dem Dach hinten, rechts. Hinten, rechts? Mhm. Verfolger abgeschüttelt. Verfolger abgeschüttelt. Verfolger abgeschüttelt. Das Gras breitet sich aus. Einer Frid-Break. Linke Seite. Der hat doch nichts mehr. Stop. Break, out. Aus. Feindliche Drohne ist aktiv. Betting Rally-Port. Okay. Feindlicher Soldat in der Nähe. Snipet hier einer von euch? Ja, ich. Okay. Wollen wir gehen. Two-Break. Ein zur Tür. Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Hinter uns, hinter uns. Ein als K.O. Ander. Rechte Seite. Aufpassen. Gas mehr. Break, out. Aufpassen. Aufpassen. Es ist vorbei. Das war ja mal ein geiler Kill grad, ne? Muss ich so sagen. Nein! Erklärbär. Im Mainz zu erklärbär. Ober auf dem Turm ist einer gelandet worden. 25 sind noch im Einsatzgebiet aktiv. Ich krieg dich doch auch schon was mit da. Da ist immer noch rum. Ja. Hat einer eine Situation zugemacht von euch? Nee. Ja, ich. Okay. Muss er nur mal nachfragen. Das Gas breitert sich aus. Ah, shit weg. Ah, shit weg. Das was bei mir. Das war nicht. Das war ein Ding. Da ist der unten K.O. Einer raus? Ja, hab ich. Tatsächlich hab ich drauf, ja. Turmen sind zwei, glaub ich, ne? Sohn, ja. Oh, ein paar mehr. Gut, wieder K.O. Raus. Nur die Ruhe. Eins, die Koppeltür. Genau, mich kriegt er auch nach hinten. Da war's mit meinem Schild weg. Sorry Marcel, ich hab dich zu schmecken gehört. Alles, alles gut. Da hörst du erst bei mir drauf und dann instant bei dir. Einer hat sich da unten mal orange. Verkältung abgeschlossen. Hier, die kommen doppeltür hoch, die kommen doppeltür hoch. Trupp mit Flitz steigt wieder ein. Das ist ein Schildbrick. 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 Der ist hier oben, leider hoch. wieder runter hier sind weil bei orangen pingen sind es zwei mann hier vorne im haus hinten doppelt hier landet einer zwei mann ich bin unten kauf dir platten patrick nein ich steppe hier Das Gas ist hier auf den Fernsehen. Das Gas kommt näher, die neue Sicherheitszone wird zackt. Wir müssen in die sichere Zone, halten wir könnten im Einsatzgebiet. So finish. Oh, oben vom Dach. Was hinter dir? Nein, er lief doch da eben noch rum, ich wusste es. Er ist hinter mir runtergesprungen. Was, schon wieder? Ja, komm. Oben auf dem Dach. Schade. Einen habe ich mal rausgenommen, der kommt aus dem Fenster. Ich war doch in der Zone, was war jetzt das Problem? Jetzt frage ich mich auch, warum hast du gewusst? Ich war in der Zone und ich wuste, ich verstehe das nicht. Hä? Hä? Vor allem, die sind ja alle vom Dach runtergesprungen. Ja. Oder hat ihn einer mit Gaspatronen gekillt, aber dann wäre da ja grüner Rauch gewesen. Oder gelber. Ja. Ich bin einfach zu schlecht für diese Welt. Ähm, ich bringe jetzt auch meine Kinder. Ja. Ich könnte erstmal eine Runde so spielen. Oder mich. Nope. Nö, eigentlich nicht. Bis gleich. Bis gleich. Ja, manchmal ist das so erklärt, ne? Ja, wirklich schade. Ja. Ja. Auf jeden Fall mehr drin. Ja. Aber gut. Vollzeug. Wollen wir mal machen, ne? Ja. 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 Ok. Nehmen wir die AX50 und äh... Vielen Dank. Ach Marcel, ihr? Am Apparat? Was sagst du jetzt? Soll ich diese Joker Badges daneben oder das? Ja. Sehen cool aus, ne? Mir gefallen ihr nämlich auch. Ja. Ist ja dann halt nur für die Supporter dann, ne? Aber dann muss ich ja wieder Supporter werden, damit ich ihn nutzen kann. Ich dachte, das war jetzt eigentlich nur einmalig vom Jahr. Okay, alles klar. Ciao. Ja, ohne Bezug. Das hat mich jetzt gerade echt verletzt. Ja, hallo. Selbstverständlich mache ich nächsten Monat wieder ein Sub, Junge. Ich will doch den Joker nutzen können, Junge. Ja. Ja, dann gibt es irgendwie diese 12, die ich dir geschickt habe, plus die 3 von Harley Quinn gibt es dann extra. Ja, finde ich gut. Geht sofort los. Meine Frau bringt nur die Kinder ins Bett. Und dann läuft das. Und jetzt habe ich das perfekte Loadout für Prison Duff. Was denn? Ja, ich spiele ja die ganze Zeit AX50, ne? Ja, das ist nicht schlecht. Ich bin auch dran gespielt. Aber, ich muss sagen, ich glaube, da sollte man Scheide ein paar drauf, ne? Ja, habe ich drauf. Ja. Ich nämlich nicht. Ich hatte den Kompensator drauf und das würde sich dann ein... Als würde das so ein Ausdruck vor auch einbrühen. Ich bin gerade überlegen, wo ich mir einen Notort machen mit der Riot-Tex. Die ist übel. Die ist aber auch extrem laut. Ja, das stimmt allerdings. Ich will jetzt gerade nicht gucken. Warum willst du jetzt gerade nicht gucken? Oh yeah. Schöne braune Soße. Warme braune Soße. Ja, habe ich jetzt drauf gemacht. Mmh. Warme braune Soße. 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 das würde ich nicht machen ich nein ich würde warten bis du die dann hast und zweitens dann die ersten supporter werden die dann ja so oder so raushauen und dann ist der anreiz da auch da quasi weil wer weiß ob du sie christen wer weiß ob du sie christ oder nicht christ das ist ja das ärgerliche wenn du jetzt hast okay das kriege ich und dann kriegst du sie leider doch nicht bis sie sind vielleicht ein bisschen enttäuscht oder so ja aber du kannst doch insgesamt nur zwölf reinsetzen also von dem letzten die drei müssen auf jeden fall rein der in der mitte wäre für party wieder beitreten wenn er wollte ich dachte ihr spürt weiter kann party nicht beitreten warum denn nicht dieser party leiter möchte nicht mit die spielen steht hier wir haben 7 und 12 nein kann auch nicht beutreten Marcel ist bei mir offline, du auch, ok, ich auch, ich nicht. Wer schlürft da? Ja echt mal, wer macht denn sowas? Ja, das wurde bemängelt, da hast du recht. Chesko? Herr Streamer? Jetzt ist er weg. Boah, was ist mit dem los, Patti? 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 Patti ist auch nicht da. Keiner da. So was auch. Spielen wir alleine, Jens. Auf jeden Fall. Ja, machen wir jetzt alleine, machen wir Zweier gegen Vierer, rasieren und holen Win. Und dann gehen wir offline und löschen Chesko aus der Freundesliste. Nein, nur was machen wir nicht. Wir brechen bald auf. Vielleicht. Vielleicht nicht. Mal gucken. Wenn der Liebesdauer drauf bleiben oder wie war das? Ja. Was sind das für Waffen oder was schützt du also gemeint für Waffen? Ich spiele eine DMW-Waffen, ja. Okay. AX50, M13, Grau. Ja, die Grau war mal anfangs meine Lieblingswaffe. Die habe ich gemocht bis zum Gehtnichtmehr. Okay, er spielt die Ram 7. Das Training ist vorbei. Mal sehen, was ihr gelernt habt. Ich spiele es mal. Ich spiele es mal. Ich spiele es mal. Ich spiele es mal. Oh, enter. Ja. Oha. Da kannst du von Bajo bis runter zur Festung schießen. Mit Sprengmodi, natürlich. Ja, auf jeden Fall. Geht durch die Hauswände durch. Ich bin nicht da. Volker, definitiv. Kilowatt die erste, die ich fertig hatte. Ja. Auf Gold. Wieder Auferstehung. Gas nähert sich deiner Position. Ab in die Sicherheitszone. Wer sowas kann? Die habe ich mir jetzt auch wieder eingestellt. Überlebe um gefallene Kameraden zurückzuholen. Und verdiene Punkte um dies zu beschleunigen. Kuratskiss nicht identifiziert. Position vermarktiert. Das wird nachwachs附亲 eingesetzt. Ein neues Zielobjekt wurde identifiziert. Das ist's halt, was hab ich発? Das war's denn mit Russlands. Für einen haben Sie ausgeht? Erst, den factor inра Summanheiten verändert. Kummer. Unternehmer Fortnite. Kosten und kleiner Kinooten schreuen. Ein neues Zielobjekt wurde identifiziert. 82. Sie sind in der Seite. Däremhолодers Nation. ать Schisses. Plus ideology istvonärgabe. Jens, lass gleich auf den Hof gehen. Oder auch nicht. Vom Dach, ne? Ja, vom Dach. Der läuft mehr echt hinterher, ne? Zu zweit. Da sind unten in der Duschen drin. Ja, wie die das wussten. Ja. Sind immer noch in den Duschen drin. Steh unter Beschuss. Komm. Es geht wieder los. Mach, komm schon. Ja, Marcel, die kommen auf den Hof. Kann der nicht. Oder doch. Die kommen. Der läuft jetzt hinterher. Habe das Ziel markiert. Der liegt beim Stablesser. Da, hinter dir. Der war vorne. Der war vorne. Der ist K.O. Danke. Alles klar, Uwe. Okay, Uwe. Okay, Uwe. Du hast eine zweite Chance. Mach was draus. Was hab ich mir vorhin noch eingestellt. Ach ja, genau. Ach ja, genau. Das ist ja. Feindliche Drohne ist aktiv. Feinde landen im Einsatzgebiet. Ich bin grad dran vorbeigesprungen. Wirst du mich verarschen? Ja, und alles aus der Hüfte. Hat er dich auch? Schild, Broek. Der hat nichts mehr. Und Fenster war auch noch einer. Geht wieder los. Ach ja. Trupp mit sich steigt wieder ein. Du erhältst eine Ausrüstungslieferung. Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitszone wird markiert. Ach, Dach auf jeden Fall. Trupp mit sich steigt wieder ein. Tor, wo ist nicht jemand gelandet? Nein, 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 nein. Willst du mich verarschen? Willst du mich ernsthaft verarschen? Feindvertakt bestätigt. Scheiße. Ne, ne, da ist nicht sauber, der eine. Ich war nonstop drauf. Noch nicht mal Shieldbreak. Er dreht sich um und mich hat er. Ey, lächerlich. Es sind noch 25 übrig. Die Augen offen halten. Ich bin so leckerlich. Die, die hat er nicht mehr gehabt. Ey, der hat sich auch schon angeschossen. Der hat sich auch schon gestohlen. ihr drei hatte genauso zusammen wie vier kills ich hatte alleine ist schon echt traurig übertreibt man nicht so total abgehoben wieder im rücksack gehabt ja alle aber ich weiß gar nicht wo ich den ein kill her hatte ja wahrscheinlich der ist so oft null kill die gerne kommen den geld können wir ein kill dann kann er sich dran hochziehen den rest des jahres dazu sagen alles so ein bisschen verschieden muss improvisieren mit der donnerstag 29 35 in der sonne auf jeden fall nein auf jeden fall ja ok du hast recht 35 grad im schatten jetzt ist schluss mit lustig bereit halten für einsatz im kriegsgebiet so können wir jetzt mal gesehen ernsthaft da muss ich mal anstrengen und nicht immer so eine kacke spielen passt mit meinem team an der ist da unten der ist da auch der junge könnte diesen kill jetzt haben verbündeter präzisionsumschlag kommt die anderen sind auf dem dach oder so leg dich nicht mit mir an sie nehmen mich in Ja, ich laufe schon zum Shop. Ich laufe schon zum Shop. Lodi liegt. Lodi liegt, Leute. Ja. Es gibt doch mal Zeit, ne? Ja. Die Bibliothek oder wo? Ja, unten in der Bibliothek. Ja. Zwei Mann. Einen sehe ich. Die laufen noch nicht. Draußen des Glitz steigt wieder ein. Kommt chill da rein, einer. Nehmt diese Platze rum. Raus. Wow. Da kommt noch einer Party. Noch einer? Auftragszeit abgelaufen. Das Ziel ist verloren. Das Gas ist hier auf den Fersen. Feindliche Drohne ist aktiv. Ist man hoch oder was? Ja, unter dem Dach ist man. Zack. Nehmt diese Panzer rum. Ich hab noch eine Panzerungstasche, äh, Plattenkiste. Ohne. Na, 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 na. Ohne. Ohne, im Turm. Einer noch. Frag, out. Rechts unten immer noch. runter geschwungen zwei mann zwei mann einer geht links ja komm ich sehe ihn noch nicht mal wie können die dann instant auf mir drauf vor dem war da gerade die vengard k98 jetzt so lange in scope gebraucht und angeblich habe ich überhaupt nicht aufgeschossen ich finde die vengard waffen scheiße kommen die nicht klar was spielen wenn jetzt raketen wäre ein schild oder was kann sie jetzt schnell fertig machen nein ich denke ich werde wieder die kilo oder die grau reinpacken ja wieso ist denn da drin jetzt verkehrt so lange ihr könnt in kürze geht es aufs schlachtfeld mal diese lecks Feindlicher Soldat in der Nähe! Du musst, du musst mich jetzt küsst. Du musst, du musst, du musst. Gefallene Verbündete steigen wieder ein, solange du überlebst. Verziene Punkte, um sie schneller wieder ins Spiel zu bringen. Jage die Feinde, bevor sie dich jagen. Verwisch deine Spuren, ein feindliches Team macht Jagd auf dich. Feindliche Drohne ist aktiv. Geht die Cheater ran. Ja, musst du ruhig. Hat ja dem geflucht, weil sie Vollstrecker machen wollte. Ja. Ich gehe mal hochschnell gucken. Oh, Dach. Ich habe mobilen Schoppen. Nein. Es ist genau eine Ecke über der Treppe. Einer K.O. oben drauf. Ja, von wo denn? Mir geht's nicht so gut. Fuck, ey. Wir könnten Lodi kaufen. Komm, dreht sie. Ich sagte gerade, komm. Cheater, Fallstück. Schwitzer. Drei. Ne, drei schaffe ich nicht alleine. Was, wie viele sind im Cheater? Drei? Warte, Chester, ich komme hinter dir mit. Sie sind runtergelaufen, glaube ich. Oder aufs Dach. Ja, hier ist keiner mehr drin. Einer deiner Verbündeten ist zurück im Spiel. Ja, die sind hier bei mir. Einer hoch. Gerüst oben an der Seite. Es gibt nicht einer. Ich gehe mal auf dem Dingshof. Einer noch, Marcel. Ich muss mich fläten. Ja, ich auch. Rechtserung, wo ist er? Das ist nach links gelaufen. Ich habe so einen Herzschlossensor. 21 Meter, der ist vor einem Treffen aus oder oben auf dem Dach. Bevisiere den Feind an. Feindliche Drohne ist aktiv. Weiter, danke für dein Like. Feindlicher Soldat in der Nähe. Ne, das finde ich. Auf dem Gerüst da einer gelandet. Ein Cheater. Scheiße. Du die Ruhe. Hab einen erwischt. Hier liegt eine AX-50 oder so. Pass auf, Cesco. Ne, er ist weg. Ich habe nichts mehr auf dem Pipip. Bei mir auf dem Dach. Ich bin hinter dir. Ich freue mich. Auf einen erwischt. Haben wir einen mobilen Shop oder so? Ne. Das ist ein Lutzziel oder das Kopfgeldziel auszuschalten. Soll ich Lodi kaufen? Ja, mach mal bitte. Ich komme mit runter. Pass mal, doch jetzt genau. Brauchst du einen Platten? Ich hole noch eine Moneybox. Hab ich, habe ich was. Guck mal eine Platten. Drohne? Ja, jawoll. Danke. Danke. Hart-Page. Da war ich. Du kriegst diese Hände, oder? Oh, hier. Also von hinten dürfte jetzt keiner mehr kommen. Oh, okay. Die Waffe ist Müll. Einfach nur Schrott. Ich hätt sie nicht umstellen sollen. Ich hätt sie so lassen sollen. Das Gas breitet sich aus. Neu ist ein Teil, die Zone wird markiert. Na, jeder spielt anders, ne? Ich hab die Verklammung an. Ich hab die Verklammung an. Ausgeschaltet. Wundervoll. Feindliche Drohne ist aktiv. Wir haben Aufklärung. Drohne beginnt Überflug. Ab den Schützen im Visier. Verbündeter Präzisionsluftschlag kommt. Achtung! Weißt du das wo? Ja, von der Zinnikilz. Oha! Irgendwie Heli-Platz oder irgendwas. Das ist nicht normal. Oh neee. Wo? Ne! Ich kümmer mich für dich keines an. Du fern erst an Boden. Bewegung! Na, was? Ja, Prison. Präzisionsluftschlag. Aufpassen! Was? Prison? Chemical. Und zwar... Da wo die... Die... Brücke rüber ist. Richtung Chemical rein. Einer K.O. bei Chemie... Bei... Hier, da wo die Brücke ist. Da unten drin ist er. Da seh ich ihn natürlich nicht mehr. Hab doch... Verwattender Präzisionsluftschlag kommt. Achtung! Achtung! Ah, Mann! K.O. Ah, ich hab die... Nicht die Explosivik, die andere nicht. Ach, das bestätigt? Das ist das Endspiel. Wiederauferstehung deaktiviert. Ja, okay. Das Gas breitet sich aus. Neue Sicherheitszone wird markiert. Ja, dann brauch ich gar nicht. Hier runter gehen, ne? Aber schau, liegt noch ne Gasmaske? Ja. Ja. Der Feind springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel achten! Da ist einer gelandet. Hör den Feind an. Ist noch. Ja. Boah, ey! Heht schon hier so rum! Ja, von denen kam sie hoch. Der geht über innen Hof. Nein! Nein! Wer ist denn? Ja. Verwendeter Klaster-Schlag ist unterwegs. Ey, wie kann man so räudig campen, ey? Was ganz hart. Schimmelkämper. Ja, bei UR! Na, nächst mal. Ich werde mal zurück. Uuuuuhhhhhh! Störfst du gerade oder was machst du da? Ey, Alter! Ja? Richtig. Uuuuhhh! Ich bin ein Camper! Uuuuhhh! Ich hab einen Win geholt. Ich hab einen Win geholt. Und wie mit Campen? Uuuuhhh! Obwohl, ich muss sagen, mein erster Sieg, darf ich eigentlich gar nicht erwähnen, war er mit einem Kill gewesen. Uuuuhhh! 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 Chesco! Uuuuhhh! 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 Gernit! Der letzte muss sich noch ein bisschen verarscht geführt haben. Ja, das glaub ich. Uuuuhhh! Uuuuhhh! Und war der letzte Kill dann der finale Kill? Genau. Ja, sehr schön gemacht. Ich mein, das gehört da, ne? So lange zu überleben gehört schon was zu. Ja, es war halt auf, noch auf, äh, Winkel gesucht. Feindlicher Soldat in der Nähe! Oh, verdammt! Sie nehmen mich ins Visier! Sie nehmen mich ins Visier! Und die Ligier drei gucken! Außerdem kommen wir im Visier! Ne, aber es ist wahrscheinlich etwas tun. Sie nehmen in den Visier! Denn wir oder so�iyoruz. er spielt her mal wie sie auf seine sniper oh mein gott ist klar er hat das eben für sich entdeckt oder woanders denn und danke für deine 100 und danke für dein leid und eine gefallene kameraden steigen wieder ein bruder hast du ein lotto gewonnen dusche geht einer rein seine mädchen gleich kommen ja ich habe mich auch gemacht was mich anfasst mich an was mich dankeschön das gerne auszeichen schreiben wenn du das nicht getan hast das wird mir nicht angezeigt da oben ist einer ich kriege schon wieder besuch in der dusche der ist in den nebengang auf jeden fall rein ja der ist schon oben da ist noch einer der ist glaskasten hochgegangen ich danke dass du den anderen abgeholt hast du verlierst den boden bewegung da sind zwei wo seid ihr ein und am dach oder wie ich habe keine muni aber linke seite kommt einer aus der dusche ich habe keine sturmgewehr muni hier links ist schon einer ach man wir haben mich im visier hier dich du bist jetzt du musst du musst ach komm schon du bist wieder zurück in aktion truppe fliegt steigt wieder ein wohin wohin ja aber lodi wird abgecampt nein feinde landen im einsatzgebiet ja komm der war doch überhaupt nicht drauf und schafft mich schief ist klar ist klar beruhig dich beruhig dich steigt wieder ein ich bin beruhigt man ich bin ich nicht beruhig werde ich anders was versuchst du da jens auch ohne treffer hier hoch panzer abwehrmine scharf gemacht wenn jemand eine brauchbare mp oder sturmgewehr moni findet würde ich mich sehr darüber freuen ich brauche sturmgewehr auf ja hier war ja ich habe ich sind markiert gar keine platten kann ich dir geben diese panzerung bevor das gas kommt ich habe mit dem kalibre entdeckt einer an meiner mine ich habe keinen rüber gesprungen shophaus und ein neben shophaus habe ich ausgenommen nein ich war nicht drauf was mich veräppeln ich kann weg meine schüsse heute nicht aber stimmt auch dann nicht aber wer das war weiß ich nicht und soll sich bitte bei mir im stream melden 539 ich habe mich jetzt ihr habt ihr gestern gefolgt und alles gut so lange ihr könnt in kürze geht es aufs schlacht aufs schlacht aufs schlacht aufs schlacht das training der ronnie ist wohl nicht so gesprächig und warum bei marseille einverstrecken muss woher wusste er dass ich da bin ja ja nicht klar vorher schon die ganze zeit durch die wand auf mich geguckt will sie mir unterstellen dass er cheated nein auf gar keinen fall okay er hat nur keine wände na ja man hat halt das abgerächtig kommt ok deswegen bin ich ja schon unter dem auto hier sehen wir noch so hat genug zu küsse das auch ich habe da auf der treppe meine kiste hingeschmissen hier sind muni boxe und schrott habe ich hier ich kaufe hier ich habe ich wurde nicht gewickelt ich musste mir in die hose machen runter gesprungen einer rausgesprungen ach du kacke die haben den lodi geschmissen hier vorne ins lodi vorbei pass auf dich auf das gas kommt näher neue sicherheitszone wird markiert truppmitglied steigt wieder ein das kaputt nur noch 25 übrig truppmitglied steigt wieder feindliche drohne ist aktiv feinde landen im einsatzgebiet aha guckt auch so türen weiß instant wo ich bin müssen mich verarschen ok danke der ist hier im glaskasten ich kaste gleich aus hier vorne war einer hier oben ich wollte auf dem dach landen aber das dach ist so hart umkämpft alter verwalter da brauchst du noch nicht mal drüber wegfliegen bist schon weg der feind sprengt über dem gebiet ab auf den himmel achten kann ich da noch mal hin schatz oder ist er da noch der läuft steigt wieder ein da ist ein ganzes team der ist ko da vorne einer raus einer ist raus da ist der im cheater drei leute das sind die aus dieken die penner bei mir läuft ja auch irgendwo einer rum ich weiß noch nicht wo ich hab vorhin was cooles bei der waffe gesehen ja genau das ja mega ne geiler scheiß ne jetzt traut er sich nicht anzufassen ja ich hab geist ja ich will mir jetzt auch geist milano rockt jetzt die brücke wieder zurück in aktion oben lag noch ein bunt sturmgewehrmonie drin nur leider keine platten leider oben auf dem dach campen sie ab da läuft gerade einer schönen dach läuft nach hinten richtung treppenaufgang einzeltür kalt 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 auf dem gerüst war gerade einer zu zehn hier kalt wieder auferstehung deaktiviert das gas breitet sich aus neue wird markiert jetzt nicht mehr extra leise auf und bam au vor mir vorratskiste identifiziert position wird markiert ja er kriegt keine hits von mir oder was komm ey 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 ist der in der zelle oder in diesem zwischengang ach der in der zelle zwei mann jo weg mit der jungen aber der kleine weitere doch jetzt ja können wir ja alles praktisch kommt nicht wieder das glas lehrt sich dir platten, taschen, alles gasmaske ja wo sind wir hier auch ja drei leute ach vielleicht nicht aah okay die 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 ich weiß nicht warum sich der der hingedreht hat Ich muss noch mal nach der Runde raus. Ja, das ist die letzte Runde für uns. Alles gut. Schade. Schade. Aber beim nächsten Mal kehren wir stärker zurück. Naja. Aber Spaß gemacht. Ja. Ja, ich halt einfach morgen wieder ein, dann kannst du gerne mitspielen. Okay, mach ich. Kein Problem, ne? Bis zum Morgen, oder? Jens, dir einen schönen Abend noch. Gleichfalls. Tschüss. Tschüss. Das ist gut, Chat. Danke fürs Einschalten. Wir sehen uns morgen früh. Ach, noch einen schönen Abend. Bis dem Tag. Ach, wir raten noch irgendwen, okay? Siehste, das fällt mir jetzt erst ein. Dann knallen wir euch doch mal. Wo schick ich euch denn mal hin? Wo, Sascha? Wird mir nicht angezeigt. Man muss ja. Ne, wird mir nicht angezeigt. Ich muss das auch noch eingeben. Ja, geht da mal hin. Lass mal ein Like da. Schickt ihm Sterne, oder was sag ich. Der freut sich wohl alles. Also, ne? Ich muss sagen. Er ist kühlbar. Ist mega heute. Hast du mitgekriegt? Okay, danke. Vorher war ich die Life. Ciao. 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 Ciao.